so das er mit einer Laptop zu er aber das ist ja nur rot weil er da nicht grün weil er da hat einen roten Punkt und nur mit dem grünen Punkt das klappt will ich ja sehen kann ich mir das ist jemand so hat meine Projektkiste kann ich das meistens so wo ich dann wo ich die ganzen Schild reinpackt den ich hier mal zum Beispiel da habe ich jetzt nicht speziell nix für aber normalerweise fach ich jetzt den ganzen Kram ja auch immer hier hier rein diese Protect äh nicht Protect hier mhm Projekt Table aber das ist auch irgendwie scheiße geworden Wollte ich hier nicht immer noch ne Kiste stehen auch hier wo meine Kohlekiste jetzt ist echt im neuen Minecraft oder aktuellen Minecraft also normalen Minecraft kann man doch doch normalen Minecraft kann man sagen kann man ja mittlerweile einfach hier meinetwegen jetzt trotzdem das hier ziehen und das ist hier noch nicht geht das stimmt nicht extrem weil ich mich eigentlich haben wir daran gewöhnt das zu machen mhm ganz gohle hatte ich da drin shit mhm da war da nicht drin da war da glaube ich noch drin ich gucke mal ob ich das hier wieder so hinbekommen wie ich das vorher hatte ähm Inver Inget wobei das kann ich in meine Projektkiste tun 7 glaube ich kann mich ne und iridium eine iridium wieder bauen ja gut da brauche ich noch ein bisschen weiter dazwischen gut warte ok ich brauche eigentlich nur die ganzen shit brauche ich hier erstmal auch gar nicht mehr erstmal wieder Musiker machen und dann verlaufen das schafft das echt zu schnell die meisten Sachen schickt er echt wieder zurück es ist mittlerweile echt schnell hin es ist echt gut die dinge müssen ja schon ja die arbeiten ja schon allerdings wie viel da durchkommt das verteilt sich ich kann man ich weiß nicht was es ist ich meine schatz vorangebot welches in seiner schenke recht das buchhalter so dass gewaltig so ich auch einig die er mann Da ich zu faul zum Minen bin, hoffe ich mal, dass meine Quarry weit mal soweit ist. Das wäre echt geil. Ach so, ich habe gerade kurz gemutet. So, jetzt springen wir mal rein. Okay, auf welcher Höhe sind wir jetzt? 45. Ja, damit kann man arbeiten. Habe ich Feile dabei? Ne, habe ich natürlich nicht. Scheiß, Creeper, ich hasse sie. Ah, der mich konzentriert, ich bin... Oh! Oh, Mann! Oh, danke. Ich verpiss mich lieber. Diese Spawn hier mal Creeper. Creeper. Dunkel ist es ja auch wieder nicht. Ich traue mich immer noch nicht, das ist total durchzugehen, weil ich echt schütze, dass es ja nicht wieder rauskommt. So, mal wieder ein bisschen ausleuchten hier, damit ich keine Zombies spawnen. Ich habe mit F7, könnte man es noch nachgucken genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen extrem. Weil ich alle paar Meter in der Fackel gesetzt. Aber naja, ich mache das, ich probiere es mal. Ich habe ein Skelett gehört. Oh, oder? Oder war ich so falsch? Ja, so ist gut. Oh, ich habe mir die Mucke schon wieder. Wie geil. Alter, was für eine laute Dings-Pux, das einfach ist. Wie heißt es noch? Ju-Pux, glaube ich, ne? Die Ficker kann nicht da oben schießen, ne? Für Mongos. Scheiße. Was bin ich denn für einen Mongos? Ich treffe nicht. Ja. Ey, wer schießt? Oh, ja. Und ich hinsetzen, ey. Wer hätte mich da gerade geschossen? Das habe ich ganz genau gehört. Gut, wo wahrscheinlich... Oh Gott, ich bin nicht kacke. So. Gut, dass man die Pfeile wieder einsammeln kann. Das wäre echt gnadenloser. Pfeile, Verschwindung hier. So, mir ist mir leid, wenn ich ein bisschen zu leise rede. Aber ich muss mich echt dran gewöhnen, dass wir nicht alleine sitzen. Und quasi Selbstgespräche führe, dass ich auch laut genug rede, weil ich... Ich fange immer laut an und dann werde ich immer leise und leise und leise und leise und leise und leise und leise. Das ist echt nervig. Und dann check ich das immer irgendwann, dass ich gerade leise werde, dann werde ich wieder laut. Und dann ziehe ich wieder das gleiche. Ich wollte gerade so was, eine Art wie Nachladen machen. Da habe ich schon... Eigentlich würde ich auf R klicken und dann habe ich auf E geklickt. Double fail. Ja, zum, ich weiß, dass du nur persönlich hinterher kommst. Einfach zu schnell. Ach ja, und was ich nochmal so sagen wollte. Ähm, falls man das schon noch nicht gesehen hat, äh, Techit werde ich jetzt halt probieren, auch jeden zweiten Tag hinzubekommen... Wenn man sie gerne gesehen will. Dann möchte man meist echt wissen, auch wann. Deswegen, bis jetzt habe ich immer 15.30 Uhr, jeden zweiten Tag um 15.30 Uhr. Die Zeit wird sich... Ah, wobei, Zeit beendere ich nicht. Jeden Tag, jeden zweiten Tag um 15.30 Uhr. Und ich habe ja heute den 10. Gestern, gestern kam eine Folge raus und am 12. kam eine Folge raus, die jetzt wahrscheinlich schon lange draußen ist. Ich weiß ja gar nicht, warte... Ach, habe ich jetzt keinen Bock zu rechnen, welchen Tag wir rein theoretisch heute haben sollten, weil das müsste halt die 18. Folge sein. Oder, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehmen. Vielleicht auch schon die 19. oder 20. Kann auch sein. Ey, das ist echt nervig, dass wir noch... Wie die Shit auch zurückkommt, ne? So, dann sortiert sie das mal wieder für mich. Naja, so sieht das kacke aus. Na, dann macht es mal so. Das habe ich bestimmt mal irgendwo für... Oh, wei. Ach, komm. Die Farbe kann ich auch da rein tun. Oh, ich brauche echt... Oh, scheiße. Ich brauche Redstone. Mann, Mann. Ich muss echt warten, bis meine Crowley mal unten ankommt. Sonst bin ich echt im Arsch. Kann ja gar nichts mehr geiles bauen. Im Sack. Das war tour. Tillich fick ich auch dir. Na, dann reenen每ing credentials bin.